Hey Leute, hier ist Aldemar mit Gears Tactics. Weiter geht's. Äh, Kaserne. Ich hab ein bisschen was umgestaltet, aber nicht viel. Ich hab den, äh, die Emilia, den, den, die Emilia. Das ist so schwer zu, zu, äh, bestimmen. Äh, angezogen. Bisschen mehr Scharfschutz mäßig. Und Duang. Den hab ich ein bisschen cooler gemacht, ja. So, los geht's. Die anderen sind immer noch auf Missionen. Dann machen wir jetzt mal hier legendäres Item. Wir müssen mindestens ein Dingesbombus mitnehmen. Haben wir? Und jetzt haben wir zwei Scharfschutz. Das sollte ja wohl einfach werden. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Was, gar zentrale Missionen. Wenn der Konvoi kampfbereit bleiben soll, brauchen wir neue Vorräte. Bezieht Stellung bei den Kisten und ladet auf, was wir brauchen. Also, äh, Mission dauerhaft Schwert. Das ist jetzt bis jetzt der erste, das erste Minus. Die Missionen wiederholen sich viel zu schnell. Fehlen wenig Abwechslung. Wenig. Ich meine... Das ist wie so eine Multiplayer-Runde. Wäre cooler, wenn die irgendwie gesagt hätten, sicher das Fahrzeug. Ja, dann gibt's ein neues Fahrzeug irgendwie. Hintergrund oder, keine Ahnung. So. Scharfschützer auf Standby. Äh, beides, ne? Da haben wir jetzt Scharfschützen für beide Seiten. Archie, hallo. Ja, bist du fein? Der Archie ist bei mir. Dann würde ich sagen, die Scharfschützen gehen hier oben hin. Das ist doch super. Dann gehen wir mal los. Bestätige, breche auf. Warte auf Befehle. Augustus Cole. Wir sind doch gar nicht hier, oder? Ah. Oh nein. Oh nein. Der habe ich ja voll vergessen. Oh nein. Ah, zehn Jahre später. Danke. Ah, das geht schon mal. Ah, das geht auch. Ja, schön. Dann haben wir jetzt schon mal einen Punkt. Gut. Oh, oh. Nein. Alter, im Ernst? Boah, Alter, wie schnell es ist. Äh. Wow, toll. Oh Mann, ey. Fängt ja toll an. Ja, super. Ja, toll. So macht das Spaß. Ja, nochmal ein paar Zecken. Naja, weiß ich ja nicht. Wirklich bereit bist. Die Zecken kamen von da unten, ne? Kick sie weg, aber das ging ja nicht. Da ist der große Penner. So, Kettenschuss. Wenn dieser eine den Zielschuss trifft. 100 Prozent. Ja, das wäre ich doch mal ein kritischer Treffer. Ja, kein Problem. Ziel. Zu Boden. Na. Keine Munition mehr. Ja, jetzt haben wir leider. Bin ganz ohr. Okay, dann machen wir den kurz weg. Ultimativer Schuss. Wenn dieser eine im Ziel durch einen Schuss zu Boden bringt oder tötet, der hält sie die maximale Anzahl an Aktionen. Das sind... Was sind denn die maximalen Anzahlen an Aktionen? Sind das vier? Machen wir erst mal Kettenschuss. Ich meine, wir könnten uns... Ja, könnte funktionieren oder auch nicht. Drei. Machen wir erst mal nochmal einen Schuss. Okay, wir landen nach und machen Abwehrfeuer. Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist immer so ein Problem. So. Aha. Dann machen wir mal... Die werden ja wahrscheinlich hier reinkommen wollen. Dann machen wir mal hier hin. Ähm, ja, das ist die große Frage. Wir gehen mal hier in die fette Deckung. Und schießen mal ein bisschen. Wir haben noch zwei Aktionen. Zehn Prozent, das wird's ja nicht. Gut, dann... Löstlich, Feuerschutz, Ars. Dann sehen die mich, wenn ich so stehe. Wir gehen mal auf... Gehen mal auf Deckung suchen. Sollen wir erst mal näher rankommen? Überlege, ob ich da hingehen soll. Ich werde's aber wahrscheinlich bereuen. Ah, der ist ein Problem. Boah. Alter. Die klettern direkt bei mehreren Sachen hoch. Okay. Okay. Ja. Setz ist ein Problem. Kann die da hochklettern? Das kann die doch gar nicht. Können die das? Sonst haben wir nix, ne? Können nur einen Schuss abgeben. Wir können aber dann eventuell auch einfach... So machen. An mir kommt niemand vorbei. 100 Prozent. 88 Prozent. Der ist ein Problem. Keine Munition! Ja, scheiße! Ja. Dann machen wir jetzt den ultimativen Schuss. Ja, wir haben ja noch einen. Nein. Sehr schön. Kein Problem. Sehr schön. Nachgeladen. Töten. Naja. Egal, weg damit. Ich bin gut. Ich bin die Beste. Oh man, der... So. Der ist nicht drin. Ist der im Kreis? Ne, ne? Ne. Vielleicht nicht oder vielleicht doch. Wir machen mal hier so. Soll ich sagen. Wir laden mal nach. Wir haben noch genug Aktionspunkte. Der soll den Punkt halt halten. Ich will halt nicht rausgehen. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Und dann machen wir mal den... Na ja, der ist im Fall. Das müssen wir so machen, dass er auf jeden Fall trifft. Hä? Nein! Ich... Ach, scheiße. Och nein. Nein! Äh, schadellt. 73 Prozent, ich weiß es nicht. Jetzt fangen wieder die Schluderarbeiten hier an. Super! Ach ja. Wenn er jetzt drauf geht, dann geht er drauf. Ist er selber schuld. Also... Also die Zecken sind zum Kotzen. Die sind übel. Immerhin haben wir es gleich. Ah, hier natürlich nicht. Scheiße. Oh, jetzt legen wir los, Kleiner! Okay. Fast keine Munition mehr. So. Hab dich erledigt. Ja, genau. Aha. Weg damit. Spiel mal damit. Auf mich kann man sich verlassen. Ich brauch mal Munition. Bin produktiv heute. Zehn Prozent. Ich weiß es nicht. Komm, dann helfe ich mir mal kurz. Postiere mich hier. Rennt wahrscheinlich einfach drum herum. Scheiße, jetzt habe ich nicht zur Treppe gezählt, ne? Wieder so ein Held. Halte Ausschau. Bereit machen für den Angriff. So, dürfte hier nur noch ein oder zwei übrig sein. Jetzt sei eine. Okay. Okay, okay. Verschwinden wir. Wir machen schnell. Aber hier kommt niemand vorbei. Also, wenn der durchkommt, wirklich. Das gibt Degradierung bis ohne Ende. Mindestens. So. Na toll. Im Ernst? Nee. Du hast doch gerade Stand, der du kannst dahin zielen. Machen wir einfach so. Scheiß drauf. Alles im Griff. Sie rücken vor. Sie rücken vor. Oh, geht doch. Direkt reingelaufen. Boah. Wir sind nach Schuss. Nur noch einer. Ah, das sollte ja wohl gehen. Aber Zecken, ey. Meine Güte. Hä? Hä? Ach so, ich habe das gewonnen. Stimmt. Das ist ja dieser Kampf, ne? Stimmt ja. Ich habe das wieder vergessen, wie das geht. Ich... Das ist so... Oh! Plus 80 Schaden, minus 2 Munition. Nee. Gut und nicht gut. Ich weiß, du hast minus 2 Munition, aber... Ach, pfuh. Das ist ja dann... Nachladen, nachladen, nachladen. Legendär nenne ich das nicht. Der legendär, blöd. Minus 2 Schuss, ey. So sieht es aus. Beanspruchen. Genauigkeit, 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 ist so wunderbar. Ähm. Ich meine, ich könnte es ihm... Ach ja. Ich könnte es auch ihm geben. Was hat er denn jetzt? Pfff... Wie viel... Dann hat er nur noch... 2 Munition, 2 Schuss, aber dafür 80 Schaden. Dann schieße ich lieber öfter, tatsächlich. Wir können es ja mal ausprobieren. Aber ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht. Guck mal, der macht nur 60 Schaden. Guck mal, ich könnte es dann nochmal erhöhen. Heilfähigkeit, diese Einheit. Oh, ja, das machen wir doch lieber... 5 Genauigkeit, 1 Munition. Wir probieren es mal aus. Okay. Scheiß drauf. Ähm. Genau, sie kann ruhig ein bisschen mehr gepusht werden hier. So, es geht los. Wir machen eine Story-Mission. Mantel der Dunkelheit. Töte mindestens 8 Gegner in einem einzelnen Zug. Das sehen wir dann. Hauptsache wir überleben die Mission. Wir nehmen mit. Die beste Crème de la Crème de Crème. Sid kommt mit. Dann... Warum ist der verboten? Das gibt es doch nicht. Augustus Cole dann. Ähm. Ich könnte ihn ja jetzt einfach die Besten... Äh, Gunther. Sehr gut. Gunther Bunker. Und dann brauchen wir noch Emilia, unseren Scharfschützen. Oder wir nehmen Vasquez mit. Aber eigentlich brauche ich Emilia Horst. Sieht aus wie eine Emilia Horst. Überlege ich gerade. Äh. Aber eigentlich unsere Schrotflittenfrau. Nett, aber auch nicht so gut. Wir machen es so. Ja? Die Besten. Los geht's. Hehe. Gunther Bunker. Mit dem sollte auch alles gut gehen hier. Kapitel 4. Akt 2. Wenn wir nach Ausreißern gejagt haben, hat Ukon uns ausgespäht. Die Made versteckt Emulsionstanks. Sicher für einen weiteren Brumeck-Angriff. Wir zerstören seinen Vorrat und verschaffen Gabe Zeit, den letzten Deserteur zu retten. Okay. Okay. Dam, 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 dam. Buh, buh. Zeit, Ukons Brumeck-Pläne zu vereiteln. Findet seine Emulsionstanks und lasst sie hochgehen. Okay. Abmarsch. Aufgepasst. Sie bewachen die Tanks. Ups. Dann sagen wir mal Hallo. Ha, alle. Hütte acht Gegner in einer Runde. Jetzt bräuchten wir noch zwei Tote. Schade, dass wir das nicht schaffen. Verschanzen. Machen wir das mal. Zeigen wir Ihnen, wie das gemacht wird. So viel zum Thema. Was brauchst du? Hätte ich am Anfang machen sollen, ne? Ist das richtig? Entsichert und scharf. Achtung, da kommen sie. Oh. Nummer fünf. Scharfschütze meldet sich. Oh, echt? Das ist peinlich. Komm, das ist peinlich. Einfach drauf anlegen. Okay. Müssen wir es mal einsammeln? Ja, drücke vor. Großartig. Unser Ziel liegt da drüben, aber die Maden versperren die Brückensteuerung. Fickt sie weg. Fickt sie weg? Befehle für mich? Bleibe in Alarmbereitschaft. Okay. Warte auf Befehle. Na toll. Ja. Ja. Da wird... Das ist keine gute Deckung. Okay. Von mir aus, dann... Deckungsfeuer, Bunker! Gunter Bunker! Du klein, hässliche Made! Die haben coolere Knarren. Ich will die haben. Ich will lieber mal die Maden spielen. Kommando Maden. Kommando Maden, Befehlsdruck. So, dann flankieren. Drücke vor, auf Position. Hö! Natürlich zwei im Feuerschutz genommen. Wupsi! Scheiße, na gut. Yep. Okay. Komm zu, Papa. Wir haben was ganz Feines mit dir vor. Das nennt sich... Der Aufspieß-Trick. Aaaaaaah! Sehr schön. Hehehe. Hehehehe. Die Wälde sind am Boden. Ab zum Brückenmechanismus. Wir müssen bestimmt jetzt verteidigen oder so. Haben wir sonst noch eine Kiste? Wir haben ja eine aufgehoben. Okay. Wo ist der Kontakt? Yep. Yep. Na teils macht das Augustus Cole alleine. Ratatatatatatata. Ach, das ist ein Fahrstuhl. Brücke. Ach nein. Sowas kann man super im Koop spielen. Stell dir vor, ihr dürft einen Charakter haben und könnt auch Sachen erspielen und könnt im Koop... Weißt du, spielt ihr vier Spieler Koop und jeder spielt seinen Charakter selber. Das wär so cool. Aber nein. Rundenbasiert, Multiplayer, sehr, sehr selten. Verstehe ich aber nicht, obwohl das ja eigentlich super easy möglich wäre. Ich meine, wir sehen ja bei Heroes of Might and Magic oder Civilization, dass rundenbasierend sogar bei Strategie ja funktioniert. Die Leute haben ja kein Problem mit der Zeit, die man investiert. Wer sowas spielt, der hat kein Problem damit. Oh Gott, da ist er. Oh Gott. Kantus. Anführer, der Schatzeffekt verleiht, greift sofort an. Kantus, aber Kant. Kant, Kantus. Aber die müssen jetzt erstmal weg, erstmal die Zecken. Wir haben kein Zeitlimit, richtig? Okay. Wie spielen wir? So. Okay, komm schon. So. Das geht leider noch nicht. So. Und nächste Runde. So geht's. Jetzt habe ich natürlich nicht daran gedacht, dass die auch in Deckung gehen sollten. Ein Kantus. Also es ist kein... Verteidigung, Verteidigung. Achtung! Der Kantus hilft diesen Maden! Ja, dann lassen wir sie einfach kommen und machen sie platt. Oh Gott, da kommen sie. Ich finde das ist cool, wie schnell das geht, ne? Es sei denn so ein großer Boomer kommt. So, dann weiter. Amok-Schuss. Ein Verstärkungsschuss ab Schadensbonus entspricht 100% in der fehlenden Gesundheit. Lol. Nichts haben wir sonst. Okay, dann warten wir. Wir warten. Kein Problem. Wir laden nach. Alles nachgeladen. Ich sichere den Bereich hier. Aha. Den wollen wir verschanzen. Machen wir verschanzen an. Hätte ich zuerst machen sollen. Jetzt haben wir noch mehr Genauigkeit. Jetzt können wir vielleicht nochmal ein paar schießen. Kriegt der selber auch was? Sehr schön. Und nochmal einen Schuss. Das ist der Geschichte. Oh ja, Freundchen. Geht eigentlich... Die Runde ist ja noch dran, ne? 12. Naja, so viel Schadensbonus sind wir dann auch nicht. Ihr werdet bestimmt... Ah, daneben. 100% Erstmal die da. Wen habe ich getroffen? Ah, die haben alle Schaden bekommen. Sehr schön. Sie lädt nach und sie lassen mir in Deckung. Sehen die wahrscheinlich nicht. Verschanzt verloren. Das ist ne coole... Das ist ne coole Mission. Scheide, dass es nicht alles... Sag nicht, das ist ne Treppe! Oh, die kann da hoch... Der kann da hochschießen. Das gibt's doch nicht. Blöde KI. Ja, das liebe ich. Immer noch zwei verschanzt. Ah, oh Gott. Ich bin Krantus. Ich hab Angst. Lasst uns in ein paar Arsche treten. Sehr schön. Dann machen wir mal... Arsch treten. Deluxe. To the max. 10%. Das ist jetzt blöd. Was ist, wenn ich hier hingehe? Ist ja immer noch 10%. Das ist blöd. Mehr als blöd. Scheiße, Konzentration. Letzter Schuss. Dann müssen wir helfen gehen. Ja, ist halt jetzt blöd. In Bewegung. Ach, warte mal. Dann müssen wir den mal kurz wegbomben. Scheiß drauf. Ist das ne Verschwendung oder eher nicht? Eigentlich doch, ne? Ich könnte jetzt hier den einfach wegbomben. Ich mach das einfach mal. Ich opfer das jetzt mal dafür. So, wir machen jetzt auch mal ein bisschen Bomberei. Geht nicht. Alles klar. Ich will jetzt nicht nach da vorne gehen. Auf keinen Fall. Wir schießen mal ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen was. Ach, scheiße. Soll ich mal nachladen? Also laden wir... Na, schön viel nachladen. Gehen wir auf Verteidigungsposition. Schön viel. Eins. So, machen wir so. Maximum. Ja, geht mal nach da. 10%, 31%. Ist egal. Hauptsache ein bisschen ballern. So. Ich will auch nicht flankieren. Ich hab Angst, dass der dann gecashed wird. Wer weiß, was der noch macht. Habt den Loser. Ich weiß nicht, ob man das zu den... Oh, okay. Das machen wir mal. Keine Munition mehr. Fräst und stirn. Kein Problem. Feuer bereit. Hätte ich noch sehen müssen, ich trottel. Ha, verfehlt. Degradierung. Position wird knapp. Eliminiert. Jetzt noch ein Schuss. Weiter vorrücken. Ja, drücke vor. Mach mal nach da. Wir wissen nämlich nicht, ob sie in die Ecke kommen. Maximale Reichweite. Läuft auch noch weiter hinten. Da sind wir noch ein paar Zecken. Ich will nicht weiter vorrücken. Na komm, ich bin bereit. Gegnerzug. Ja, was ist das denn? Guck mal das. Wir sind nicht hier, um die Nachtluft zu genießen. Zerstört diese Emulsion. Emulsion. Na gut. Ja gut. Okay, die Emulsion ist in der Festung. Jagen wir sie himmelhoch in die Luft. Jagen wir sie himmelhoch in die Luft? Oh, noch nicht gehört. Da schon wieder. Was ist das denn hier? Okay, jetzt muss ich überlegen. Zwei Züge noch. Pass auf, dann machen wir hier hin. Na klar. Gebe Feuerschutz. Jetzt die Frage, ob es sich das lohnt. Aber die Zecken sind schon für den Arsch. Wie viel haben wir noch? Ein. Deckungsfeuer. Ich gebe hier drüben Deckung. Deckungsfeuer in die Richtung. Falls ein Zeck dazu nahe will. Kommen. Mag. Komm, mal gucken. Und bitte nicht ihn abknallen. Ich liebe das. Ich liebe das. Vorwärts. Ich bleib hier. Einen haben wir noch. Er ist tot. Ich bin bereit. Okay. Befehle für mich. Ah, toll. Das ist doch noch eine Zecke. Oh, oh. Na komm, ich bin bereit. Ach, müsste es nicht die Granate werfen können. Ich trottel. Bin immer so schnell. Oh nein. Nein, das war nicht gut. Bunker. Werde meinem Namen treu. Sehr gut. Jetzt geht er bloß nicht hoch. Das ist eine Kiste. Die müssen wir noch holen. Jetzt ist gesehen. Ein paar Ärsche treten. Toll. Echt? Machen wir genauigkeitsbonus. Erstmal holen wir... Noch. Nee. Eigentlich ist das auch nicht so wichtig. Der kann gar nichts abknallen, oder? Zehn Prozent. Im Ernst. Gucken, was der für einen tollen Schuss hat. Guck mal, was der für einen tollen Schuss hat. Komm schon, bring mich da rein. Ich muss nachladen. Ich bin auch scharf. Komm, lauf da nochmal da durch. Sei so nett. Oh, der läuft natürlich nicht da durch. Den der Königin. Ja. Schade. Das war nicht so gut für uns. So. Kann ich ihn aufstechen? Abstechen? Lass mal gucken. Das geht natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn ich vorher auf ihn schieße, oder so. Ich weiß nicht genau. Okay. Geh mal näher ran. Nein, 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 nein. Ach, nö. Oh. Weg damit. Könnte ich ihn jetzt eigentlich abstechen? Ich will das schon gerne ausprobieren. Komm. Das muss doch... Ich hab drauf geschossen. Das muss doch dann... Kann er das zweimal? Könnte ich jetzt... Ach so. Okay. Es hat sich ausgebrüllt. Es hat sich ausgebrüllt. Genau. Bling, bling, bling. Ich bin ein Sprengstoff. Langweilige Explosion. So viel Sprengstoff, so eine kleine Explosion. Damit hätt's ein Gebäude in Luft sprengen können. Meine Güte. Das dürfte Ukon zurückwerfen. Und gebt Zeit zum Atmen geben. Los, verschwinden wir. Und Rückzug. Verstanden. Mit allem, was geht, schon mal gehen. Okay, das war's. Achtung, Locus voraus. Lappus Locus. Oh, das macht sie sauer. Ach, die waren da schon. Da ist noch einer. Da ist noch so ein Lappen, der irgendwie brüllt oder was auch immer passiert. Tadaa. Okay. 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 Ja, einfach traumhaft. Pass auf, wir machen es folgendermaßen. Da müssen wir aufpassen, dass wir keinen eigenen abknallen. Die haben halt einen Buff gekriegt, ne? Noch von so einem Lappen. Ja, die knallt mir so ab. Wir beitern mal die Granaten für Notfälle. Blöd. Erwischt. Ja, schön. Stellen wir mal hier hin. Feuerpower, was geht? Feuerpower, was geht? Mal ein bisschen weiter zurück, wer weiß. So. Mal gucken, ob die Zecke so intelligent ist. Die sind ja echt schmierig, ne? Meine Güte. Ich gehe da jetzt nicht drauf treten. Ist doch nicht blöd. Noch mal letzte Stellung. Wer, die kommen hier hoch. Kommt, die blöden Zecken. Ich glaube, die kriegen keine Verstärkung, oder? Da kommt noch so eine Kralle. Kante. Das wird klasse. Das wird klasse. Das wird klasse. Ich weiß ja nicht. Weg mit dem. Weg mit dem. Mann, ist der... Der stirbt aber echt schnell. Ja, anders kann man das nicht sagen. Mit dieser Kraftausdrücke. Wunderschön. Das ist noch eine Kiste. Scheiß auf die Kisten. Scheiß auf die Kisten. Wie gesagt. Warte auf Befehle. Evakuierungszone in Reichweite. Scheiß drauf. Ich könnte noch versuchen, hinzulaufen, aber... Ach, die brauchen noch mal zehn Jahre, bis die da sind. Die Maden sind wohl traurig, dass wir gehen. Schießt uns einen Weg frei. Komm, dann hol uns die Kiste noch. Wir werden es bereuen. Wir werden es bereuen. Ich glaube nicht, dass die Maden Kekse dabei haben. Sagen, es gibt jetzt noch einer. Machen wir uns auf die Socken. Gehört uns. Na gut. Bereit machen. Etwas nähert sich. Stürmen. Stürmen. Zeit zu gehen. Da sagst du was. Ich würde echt gerne noch mehr in den Kampf mitnehmen. Sechs. Ja, oder acht sogar. Wie geil wäre das denn? Gehört. Gehört. Die Maden werden nicht netter, Leute. Zeit zur Evakuierung. Sehr schön. Ja, Gunther Bunker. Der Beste. Er hat noch die Granate in der Hand. Ist das cool. Die haben immer das in der Hand. Es ist schon... Oh. Das ist ein legendär... Das ist ein legendäres Item. Ohne Minus. Ja. 150% kritischer Schaden. Lol. Chance oder... Chance glaube ich, ne? Habe ich jetzt... Nicht richtig gesehen. Aber für eine Kapitelmission war das schon... Ein bisschen lame. Beanspruchen. Ich beanspruche diese Kisten für mich. Sehr schön. Okay. Gut. Dann mache ich mal hier eine Ruhe Ausrüsterei. Ganz vergessen, wer Gabe Diaz ist. Bis dahin wie immer. Haut rein. Ihr seid die Besten. Nicht vergessen abonnieren. Ihr helft mir damit. Ihr hebt die Moral. Mehr Videos. Und so. Ihr seid die Besten. Wie immer. Ihr Lappen. Haut rein. Gut. Gut. Bem. Ok. Gut. 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 Mist.